Schönen guten Tag, Ed mein Name von der KSH, Kellner Soforthilfe. Ich hab heute mal mein Azubi mitgebracht, LeFou. Sag mal, Tag hier. Tag hier. Oh, erwarten Sie von Ihnen nur nicht so viel, ne? Ihnen hab ich schon drei Jahre an meiner Seite. Allerdings ist er immer noch im ersten Lehrjahr. Das muss doch nicht... Das kann man ruhig mal erwähnen, ne? Diese hochqualifizierten Kellner kümmern sich gern um das Wohl ihrer Gäste. Sie bieten einen freundlich zuvorkommenden Getränkeservice. So, dann hab ich's. Das sind zwei Kaffee, ein Bier und eine Radler. Gehen auf verschiedenste Bedürfnisse ein. Für Sie hab ich jetzt noch ne Wertmarke für einen kostenlosen Toilettenbesuch. Achten Sie auf Ihre Nummer, Sie werden aufgerufen. Servieren fachgerecht Speisen. Einmal vegetarisch für Sie. Und liefern individuellen Service. Kleine Massage hier fällig? Das hat die Reh traurig von meiner Mama gekriegt. Die sagt immer, Junge, wenn die Pizza locker wird, werden deine Gäste auch locker. Sie tun einfach alles, damit ihre Gäste sich wohlfühlen. Er kommt ja schon dazu. Diese Gastronomie-Profis sind einsetzbar für alle Gelegenheiten. Und vor allem da, wo gegessen und getrunken wird. Und als besonderes Highlight kann man eine Show-Einlage dazu buchen. Ed und LeFous Comedy-Kellner lassen für Sie die Korken knallen. Garantiert. Das ist ein frischer Sekt für alle.